Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Demon's Souls in Bart 21. Doch nicht 20, wie ich es in der letzten Folge gesagt habe. Ja, ich habe mich irgendwie ein bisschen vertan. Naja, es wird langsam ernst. Und ihr seht das an meiner Gesundheitsanzeige, ihr seht das, ja. Oh Gott, an dem Punkt wo ich stehe. Wir müssen jetzt an dem Magier vorbei, ohne Schaden zu fressen. Und das könnte durchaus etwas schwierig werden. Und ich muss mich jetzt dermaßen konzentrieren, dass ich über die Brücke, ähm, ja, durch das Tor da komme. So, komm, komm, komm. Rennen, rennen, rennen. Und dahinter könnte ein Boss sein. Wäre jetzt nicht verkehrt, wir können es jetzt ganz mal anschauen. Ähm, ich habe sowieso nichts an Items. So. Jetzt müssen wir uns hier, okay, ist kein Boss, wie es scheint, aber eine Art Werk. Hier müssen wir jetzt gut aufpassen, ey. Gut, gut aufpassen. Und ich brauche Items. Ich brauche Heil-Items. Alter, was ist denn das? Was zur Hölle? Okay. Ey, nee, ist nicht euer Ernst, ne? Ich sterbe jetzt nicht an dem Vieh. So, warte, wir müssen gucken, was da hinten an Items liegt. Okay, ich habe es nicht richtig lesen können. Wir dürfen dem, glaube ich, nicht so nahe kommen, weil... ...wir so oder so dann, glaube ich, Schaden kriegen, weil das Ding brennt. Okay, wir müssen jetzt hier hoch. Ich hoffe, es kommt uns nicht so schnell hinterher, weil es ist nicht so ganz schnell. Okay, warte, wir müssen uns an sich gut umschauen, aber so viel Zeit haben wir nicht, wenn das Vieh uns folgt. Meine Fresse, ey. Ich muss echt aufpassen. So, da ist ein Item. Ein Halbmondgras. Gott. Zum Glück. So. Wir packen mal hier den Wettstein raus. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, ich muss auch einen Blick irgendwie auf den Hintergrund da haben. Nicht, dass das Vieh doch noch irgendwie nahe kommt. So, wir sind immer noch menschlich. Wir können also auch noch in Rated werden. Das ist mir jetzt noch nie passiert. Heißt aber nicht, dass es nicht bald auch mal so kommen kann. Okay, da ist auch so ein Vieh. Und da ist auch ein Item. Das sind zwei solche Viecher. Drei. Viel, viele solche Viecher. Oh Gott. Ja, ich hab's geahnt. Ich bin hier gefangen. Scheiße, Mann. Das war ein Fehler. Das war ein richtiger Fehler. Okay, liebe Freunde. Oh Gott, ey. Ich muss mal auf die Ohr schauen. So. Hm. Okay, okay, okay. Wie machen wir das am besten? Wir sind jetzt da durchgekommen. Ja, jetzt sind es nämlich mal menschlich. Stimmt. Das haben wir jetzt auch wieder weg. Ähm. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt Seen zerquetschen... Ach komm, machen wir einfach mal. 400 Seen, da holen wir uns ein bisschen... Ähm. Sicher im Mondgras. Weil wenn wir jetzt schon so weit vorankommen... Ja, es sind alles Level. Das ist mir alles bewusst und... Ja. Mich stört's genauso, glaube ich, wie euch. Ich weiß nicht, ob das hier so gang und gäbe ist. Ob das man die... Dass man wahrscheinlich fast noch... Totenmond ist jetzt online. Hallo Totenmond. Er wollte mich mal enden. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt von Demons Woods kam. Kann, glaube ich, sein. Weiß ich jetzt gar nicht. Ähm. Weiß gar nicht, wie er richtig heißt. Wie er auf YouTube heißt. Und... Ne, was ich sagen wollte. Ich weiß gar nicht, ob das so gang und gäbe ist, dass man auch viel, viel Seelen... Für so High-Items raushaut. Oder ob ich da jetzt momentan ein bisschen verschwenderisch bin. Kann ich euch nicht direkt sagen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir jetzt da direkt hin müssen. Achso, ja stimmt. Wir müssen jetzt da hinter. So, zack. Wir müssen jetzt wieder an dem Magier vorbei. Ja. So, Halbmondgras rüste ich mal aus. Dann kommen jetzt die Hunde. So, zack. Zack. Ja, soll ich ja nicht so oft sagen. Entschuldigung, Sle. Entschuldigung. Ja. Sag ich nämlich immer öfter mittlerweile. So. Ach, scheiße. Komm, komm, komm. Komm, komm. Jawoll. Okay. Jetzt nur noch der Magier. Ja, nur noch ist gut. Der Magier hat es schon echt drauf. Ja, so kann man das auch nicht machen. Also theoretisch. Also theoretisch. So. Vorbei. Okay. Okay, okay. Weg, weg, weg. Alter Vater, ey. Okay. Okay, und schon ist das Zeug hier weg. Warte mal. Vielleicht gehe ich erstmal hier lang. Und sparen wir den Typen. Und nehme einfach den hier. Okay, okay. Aufladen, aufladen. Ich hoffe, der Typ von hinten kommt jetzt nicht direkt. Die, äh, Patrouille. Okay, weg, weg. So, zack, zack, zack. Dann müsste er gleich da unten sein. So, ja, ist er. Okay, und da hinten müsste jetzt noch eine Patrouille sein eigentlich. Ja. So, mal gucken, ob wir hinter den kommen. Das wäre so süß. Scheiße, scheiße, scheiße. Und das Gras ist nicht ausgerüstet. Das ist ja sehr kacke. Okay, okay. So, komm, 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 komm. Schaff nur irgendwie, schaff nur irgendwie. So, greif an. So, komm, komm. Zack, zack. So. Okay, ausrüsten. Wir müssen das sicher mal gerade ausrüsten, weil ich nehme erstmal in. Äh, alter Vater, eh, echt. So. Jetzt haben wir es unten drin. Auch nicht viel. Also das ist auch in Nullkummer und nichts müsste das weg sein. Scheiße. Den habe ich total vergessen. Okay, und die ziehen auch relativ viel Zeug ab. Und ich komme nicht hinter den, um den zu meucheln. Was ziemlich kacke ist. So. Zack. So. Komm, 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 komm. Scheiße, Mann. Eins. So. Wow, wow, wow. Mann, 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 ey. Okay. Wir müssen uns wieder heilen. Es führt kein Weg vorbei. So, hier hoch. Okay, jetzt haben wir den Marge wieder mal am Arsch. Wo ich gerade nicht weiß, wie man da jetzt hinkommt. Die Brücke ist ja jetzt kaputt. Von daher, weiß ich nicht, wie wir das jetzt machen können. Ach so, von hier wahrscheinlich, ne? Ne, ist auch abgeschnitten. Okay. Dann gehen wir jetzt direkt hier hoch und ziehen die Echse da nicht. Und dann, ja, gucken wir einfach mal weiter. Dann muss ich erstmal an diesen Items da vorbeilaufen. Oder an dem Item, was da ist. Ja, wer weiß, was das ist. Ich weiß es nicht. Warte, ich gucke mal, wie das aussieht, wenn ich den Bogen nutze. Zwölf Pfeile haben wir noch. Wie viel Schaden ich da mache. So, der kommt jetzt hier her. Okay, den machen wir ganz gut weg. Okay, sehr schön. Der gibt, oder die geben sogar ganz gute Seelen. 51. Geben jetzt nur die ganz krassen. Also, okay, die ganz krassen ist übertrieben. So, den können wir eigentlich auch runterschießen. So, da liegen meine Seelen. So, drei Pfeile brauchen wir im Prinzip. Für den. Dann ist der tot. Scheiße. Okay, komm, komm. So. Und da ist auch noch einer. Den kriegen wir jetzt nicht so down. Dann müssen wir noch das Schwert benutzen. Okay, das war jetzt nicht ganz so glorreich. Wie ich das mir erhofft habe. So, komm, komm, komm. Nimm das Item. Drachensteinscherbe. Okay. Drachensteinscherbe. Ist wahrscheinlich wieder zum Upgraden von irgendwelchen Drachenwaffen. Weiß ich nicht. Habe ich bisher noch keine gesehen. Da hinten sind irgendwelche Typen. Die haben leuchtende Klingen. Die sind wahrscheinlich recht heiß. Ist das ein Item da unten? Ich guck mal runter. Darf natürlich nicht ganz so nah ran. Okay, scheint irgendwie... Da weiß ich nicht. Vielleicht kann ich die Labe irgendwie ablassen. Das kann gut möglich sein, wenn ich hier den Mechanismus da irgendwie lahmlege. Okay, haben wir eingezogen. Okay, die anderen bleiben oben. Sehr schön. So, die kann man ja relativ gut mäucheln, wenn wir genug Platz haben. So. Weil die geben halt auch nicht so viel. Die können wir... So, zack. Also zumindest... Okay, zwölf, ja. Ist wirklich nicht viel. Ja, jetzt können wir die nicht mit einem Pfeil mehr holen. Na, komm. Okay. Okay, auch wieder nur einer. Das ist sehr schön. So muss das sein. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, nicht, dass ich auch in die Lava falle. Das könnte durchaus etwas kritisch sein. So, zack. Machen wir weg. Okay, unten noch einer. Und da ist auch wieder eine Nebelwand. Da könnte jetzt wirklich langsam mal ein Boss hinter sein. Das kann durchaus sein. Okay, was hat der? Hartsteinscherbe. Ja, die haben alles nur solche Sachen. Okay, vielleicht gibt's ja hier irgendwie eine Abkürzung. So. Ja, die sind scheinbar nicht... Doch, die sind... Jetzt sind sie aggro. Scheiße. Hätte ich vielleicht doch nicht töten sollen. Okay, die sind aber relativ langsam. Au, die machen aber... Die hauen ganz schön. Okay, komm mal her, komm mal her. Die müssen wir irgendwie versuchen zu mäucheln. Na, komm. Scheiße, 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 scheiße. Okay, zack. Und heilen. Vier Seelen, ja. Es lohnt sich im Prinzip gar nicht zu machen. Aber wenn ich da vorbeikommen will, dann, ja, bleibt mir im Grunde nichts anderes übrig. Okay, weg. Das war auch doof. Weil ich die anvisiert habe. Okay. Geben wir einfach mal vorbei. Die sind relativ langsam. Und hier könnte eventuell ein Shortcut sein. Ah, okay. Sicher im Mundgras. Das haben wir ja... Die Ebene haben wir von oben gesehen. Glaube ich. Ah, nee. Von da hinten. Okay. Unbekannte Heldenseele. Ist hier vielleicht ein Aufzug da? Oder irgendwas? Das könnte durchaus sein. Weil hier sind wir jetzt am Anfang quasi. Und vielleicht kann ich ja hier... Ja, genau. Das Drehkreuz. Oh, Gott. Dann müssen wir zumindest den ganzen Weg nicht nochmal machen. Da haben wir jetzt den Shortcut reigeschaltet. Gott, ist das... Mann, Mann, Mann. Und dann ist jetzt wahrscheinlich, dass da ein Boss ist. So. Zack, 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 zack. Wenn du schon nicht molchen willst. Und hopp. Okay. Ja. Oh. Oh. Der hat ja ganz schön was getroppt hier. So. Vielleicht droppt er ja auch nochmal so viel. Ach du Scheiße, ey. Das ist ja voll geil. Okay. Ich weiß zwar jetzt noch nicht so genau, wofür ich das alles gebrauchen kann. Aber schon cool, wenn das so viel ist. Ach Gott. Okay, okay. Gras, gras, gras. Die müssen wir draus locken. Die sind ja schneller. Die folgen mir auch. Heiho. Ja, heiho. Du bist mitten im Let's Play drin. Haha. Er muss gleich mal... Wenn ich es vergessen sollte. Toten Mond. Ähm, schreib mir mal bitte in die Comments. Ähm, wer du genau bist. Also sehe ich ja deinen Namen. Aber oute dich mal, weil ich habe es total vergessen. Das tut mir leid. Ich habe dich angenommen, glaube ich. Ja, ich habe dich... Ich muss dich angenommen haben. Und seitdem hatten wir ja wirklich keinen Kontakt so. Haben nicht geschrieben oder so. Von daher habe ich mir jetzt nicht unbedingt gemerkt, wer du genau bist. Von daher schreib mal ruhig rein, wer du bist. Und dann weiß ich das und kann das namentlich zuordnen. So, zack. Weg ist er. Sehr schön. Vielleicht, oder? Item? Ne. Das war nur die Facke, die ich im Augenwinkel gesehen habe. Okay. Was haben wir hier so? Da war so ein überdimensionaler Schlüssel, der da liegt. Okay, die lasse ich mal in Ruhe. Aber ein Item liegt da. Okay, das schnapp ich mir mal. Große Harnsteinscheibe. Äh, Scherbe. Entschuldigung. Ah ja. Meine Verleser haben ja eh schon fast Kultstatus erreicht. Zumindest bei Markus, der feiert sich. Beziehungsweise bei Sleft, der feiert sich ja, glaube ich, regelmäßig. Was ich da so erwähne. Okay, ob das Ding hält. Ich hab's geahnt. Ich hab's es geahnt. Okay, wie kommen wir da jetzt rüber? Gar nicht mehr? Ich hätte mich rollen sollen. Scheiße. Ah, das ist ärgerlich. Ich hoffe, ich komm noch anderweitig darüber. Vielleicht ist es ja, wenn ich gestorben bin, wieder aktiv. Aktiv, die Brücke, weiß ich nicht. Wär schon cool. Weil so wär's jetzt ärgerlich, wenn ich nicht mal in die Items rankäme. Naja, sind wir nicht so tief gefahren. Zumindest nicht gestorben. Das geht dann immer noch. Auch wenn's ärgerlich ist, weil ich Energiefoloren habe. Oh. Und hier ist gleich direkt ein Freund für uns. So. Machen wir weg. Oh, und der hat es überlebt. Erstmalig hat es überlebt. Okay. Der gibt auch 42 Seelen. Okay. Der ist schon... Die werden jetzt langsam stärker, wie's scheint. So, müssen wir uns mal genauer anschauen. Da komm ich jetzt nicht mal rüber, ne? Da liegt bestimmt was Krasse. Was ganz Krasses. Und ich komm nicht ran. Oh, 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 oh. Wie zur Hölle soll ich da vorbeikommen? Okay, hier komm ich auch nicht vorbei. Hä, wie mach ich das dann? Ah, okay, die können sich auch selbst wegmachen. Dann macht mal. Macht mal weiter so. Die nehmen selbst Schaden. Irgendwie. Wenn sie es gerade. Äh. Wie soll ich das machen? Ich hab natürlich jetzt auch keine Pfeile mehr, dass ich die ja vom Weiten wegmachen kann. Oder? Hab ich noch irgendwie andere Pfeile? Ne, waren schon richtig. Ja, Bolzen hab ich, aber bringt mir jetzt auch nicht allzu viel. Ich könnte die... Ne, die hab ich abgelegt, ne? Die Armbust. Hab ich die abgelegt? Ja, scheiße. Die hab ich wirklich abgelegt. Sonst hätten wir die jetzt so zumindest mal ziehen können. So, weg. So, da haben wir jetzt zumindest die geholt, glaub ich. Ja, zwei Stück. Die auch Schaden noch gefressen haben. Jetzt muss ich hier aufpassen, dass ich nicht auch runterfalle. Oh, verdammt, verdammt. Ich hab ja kein Schwert. Scheiße, 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 scheiße. Nein, 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 weg. Ach, kacke. Okay. Ist nicht ganz so schlimm. Wir haben jetzt den Short gerade freigeschaltet. Ähm. Und da können wir gleich mal gucken, ob ich da jetzt hinkonne. Wäre natürlich sehr cool. Wenn das geht. Wenn ich da jetzt, also wenn die Brücke wieder da ist und dann rolle ich rüber und dann hab ich das im Prinzip, hoffe ich. Ja, das ist so der Plan. Okay, das geht jetzt hier hoffentlich. Ja, das ist der. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, zack. Hoch. Können wir gleich mal gucken, ob hier noch irgendwelche Items zwischendurch liegen. Ja, liegen sie. Okay. Ähm. Ach so, hier runter muss ich, ne? Aber wir gucken trotzdem nochmal da oben kurz, ob ich an das Item da rankomme. Muss ich wahrscheinlich dann, wenn das hier nach oben geht. Wo geht denn das da hin, ey? Weiß ich nicht. So, zack. Ey. Ey. Mann. Was ist denn hier los? Ne, hier ist das gar nicht, oder? Ich weiß es gar nicht. Wo ist denn das? Darunter muss ich jetzt nicht, ne? Das sah aber genauso. Ich muss hier schon hier oben raus, oder? Boah. Keine Ahnung. So, jetzt probieren wir es nochmal. So. Jetzt haben wir es geschafft. Eine Reihensteinscherbe. Okay. Klingt schon krasser. So. Hopp. Ja, hat wunderbar funktioniert. Okay, grad so. Nein. 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 Scheiße, Mann. Äh. Wie viel waren es? 2000 Seelen. Ach. Am Arsch. Am Arsch. Ja gut, wir sind aber weitergekommen. Und das ist, hat schon mal, ja, ist schon mal viel Bär, sag ich mal so. Ach, das war jetzt echt ein bisschen doof. Stimmte mir zu, ne? Wahrscheinlich. Jetzt habt ihr wahrscheinlich auch grad wieder gelacht. Wieso ob? Und irgendwelche Abgründe runter. Ja, die kommen wir jetzt auch nicht hier sehen. Ist ja nix. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir jetzt überhaupt hier mit dem Shortcut hinkommen. Hier habe ich es ja aktiviert. Ja, hier habe ich es aktiviert. Da könnten wir durch die Wand schauen. Und, ja, was ist denn da unten? Weiß ich auch nicht. Okay, hier sind die anderen Typen. Na, die lasse ich jetzt mal in Ruhe. Und da ist der. Achso, nee, das sind ja mehrere. Stimmt. Das ist ja doof. Okay, müssen wir mal gucken, wo wir die. Okay, wenn wir ein bisschen Platz haben, geht's ja. So, zack. Okay, und der hat mich jetzt nicht erwischt. Das ist sehr schön. Nein, 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 nein. Scheiße, 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 scheiße. Ja, okay. Den einen haben wir gar nicht gezogen, okay. Das ist sehr gut. So eine Harnsteinscherbe. Und der eine steht noch da. Als wäre nix passiert. Hopp. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, tropft ihr was? Nö. Oder? Nö. Okay, jetzt müssen wir hier wieder aufpassen. Ja, okay, die sind immer noch da. Aber ist der erst alleine? Wow, 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 das war tüchtig knapp. So, hopp. Na komm, na komm, na komm. Scheiße, kacke Mann. Okay, jetzt könnte ich den eigentlich ausbluten lassen. Theoretisch. Ja, da stirbt er. Oh Mann. Liebe Freunde, wir machen Feierabend. Wir sehen uns dann weiter da oben um. Der erste Boss müsste ja so langsam aber sicher mal kommen. Glaube ich zumindest. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich damit besser klarkomme, als mit dem Dreier. Obwohl wir dann noch keinen richtigen Boss gesehen haben. Na ja, wir sehen uns morgen wieder. 18.30 Uhr bei Let's Play Demon's Hearts Part 22. Bin gar nicht sicher, ob ich jetzt schon auf der Gamescom bin. Weiß ich gar nicht. Welchen Tag haben wir heute? Heute kommt 18. Morgen 19.22. Ja, heute ist der erste offizielle Besuchertag mit Part 22. Am Donnerstag ist das... Müsste heute Donnerstag sein. Da könnt ihr ja... Ja. Ne. Weiß ich gar nicht. Könnt vielleicht heute schon mal auf meinen YouTube-Kanal gucken. Ähm. Da gibt's was ganz, ganz Besonderes. Was ganz, ganz Besonderes. Schaut euch an. Schaut's euch an. Einfach so. Naja. Ich sag tschüss. Bis morgen. Macht's gut.